Da kann ich jetzt eigentlich auch einen guten eine gute Überleitung machen So wieder Ach man Du bist der Shepherds schwarz äh Du bist der Shepherds rote Rüstung So wieder Ach man Du bist der Shepherds schwarz Geräusche Halt 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 Serer Halt G Na E Ich kräfte ihn gar nicht. Schon wieder. Armin Shepard. Ach komm, jetzt gehe ich einfach nach dieser so eine blöde Säule. Hinter die hinterste. Nicht so. So bitte. Meine Mutter wirft gleich eine Granate. Au. Jetzt habe ich sie irgendwo hingeschmissen. Entschuldigung. They put up a good fight. Yes, it confirms my assertions about the value of the data stored here. Die geben aber nicht mehr so viel Munition wie vorher. Aber auch schon gefühlt. Ich weiß nicht, das ist ineffektiv, wenn da immer jemand ranstehen muss, der das Ding bedient. Wenn ich alle meine Granaten wegwerfen soll, ne? Na, wenn ich könnte, würde ich, würde ich hier Ashley Romanzen. Ich glaube, das ging hier nicht. Ich glaube, das ging hier nicht. Boah, den habe ich sogar getroffen. Ich glaube, das ging hier nicht. Holy shit. M4 Shuriken. It's payback time. Oh. Nein, in Capa! Oh, das war doch ein paar mir. Wow, dass Liara nicht down ist. Ich würde doch doch schaffen. Ah, 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 ah. Keep moving! Schon wieder! Mit. So schwierig ist es hier doch gar nicht. Komm, lass deinen Kopf uns gescheppert. Ich nehme jetzt gleich die MP, dann schieße ich so volles Rohr drauf los. Volles Rohr! Auf die Füße! Komm, Special Muni rein. Sollte er eigentlich auch so bleiben. Ah, da drüben. Sollte er eigentlich den einfach! Ich hatte Studium 2500-! Wenn euch alles NF der K勃 trabalharst! Der Aids-Zugler ist schon mal tot. Hier machen wir keine Granaten mehr. Ich muss sagen, ich finde die Granaten hier auf jeden Fall besser als die komischen Scheibendinger aus dem ersten Teil. Ich finde es gut, dass sie das ersetzt haben. Bambiara, dein Part. Dein Part, Obelix. Der Part aufzu. Ich muss mich echt noch an die Steuerung gewöhnen. Oh, Forschung abgeschlossen. Ah. Es shepardt auch wieder bei vollem Leben. Weiß nicht, ob ich den jetzt getroffen habe. Den habe ich aber getroffen. Ha, den habe ich auch getroffen. Den habe ich jetzt nicht getroffen, warum auch immer. Da unten stehen noch zwei. Ich habe gar nicht gesehen. Die kann man auch so gar nicht sehen, wenn er da hingeht. Ja, okay, Liara. Jetzt hast du mal einen coolen Moment genommen. Irgendwo ist da noch ein Centurio. Ja. Hat nur lange genug gedauert, ne? Zwölf Minuten. Ach, das war jetzt aber ein langer Kampf. Oh, die shit. Ich habe fast meine ganze Munition aufgebraucht. Ach, dammit. Und die lassen aber auch keine Munition mehr fallen. So langsam wie Shepard da hochsteigt. Also... Müssen wir noch mal üben, Shepard. Keine Ahnung, was ich gerade mitgenommen habe. Ah, Schrottflinden. Schreddermod. Okay. Okay. Oh, Windigkeit. Oh, stimmt, die ist besser. Die hat weniger Gewicht, mehr Kapazität, Feuergeständigkeit, bisschen weniger Schaden. Ach, komm ich hin so mal mit. Oh. Ah, okay, die hat mehr Gewicht. Weniger Kapazität. Aber dafür höheren Schaden. Ah, okay. Und höhere Präzision. Ach, dammit. Immer so eine Sache, ne? Kann ich, kann ich, kann ich meine Bewaffnung gerade machen? Kann ich das eigentlich kurz ändern? Gucken. Ich hab 8 Level Aufstieg. So. Schlüsselgranate. Was mach ich denn? Distriptomunition. Brand Munition. Äh, macht die effektiv. Äh. Högt Gesundheits- und Panzerungsbonus um 6. Was? Ah. 30% mehr Reserve Munitionskapazität. Kopfschussschaden. Explosio- Da war eine Explosionen in Brand, die im Umkreis waren. Ach, wie steht die Explosionen daneben, ne? Distriptomunition. Fitness. Kampfmeister. Äh. Ja. Nahkampfschaden, mehr Gesundheit und Schilde. Absolut. Ein Medigel. Medigel. Hier bei drüben darf ich noch was blitzen sehen. Medigel auch noch mehr. Oh. 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 Dann brauche ich hier ein Beacon. Ah, ja. Elusive man. Shepard. Elusive man. Faszinierend. Faszinierend. Die Protheans. Die Protheans. Sie haben das alles für uns zu discoveren. Aber wir haben es gesquandert. Die Allianz hat über die Archive für mehr als 30 Jahre. Und was haben sie damit gemacht? Was haben sie damit gemacht? Was willst du? Was ich immer wollte? Die Daten in diesen Artefacken. Die Daten in diesen Artefacken. Sie halten die Schlage für die Reeper. Ich habe deine Lösung gesehen. Deine Leute sind in die Monster geworden. Keine. Sie sind verbessert. Sie verbessert. Das verbessert? Das ist das uns, Shepard. Wo du einen Weg hast, um zu zerstören, ich sehe ein Weg, um zu kontrollieren, um zu dominieren, um zu gestalten, um die Macht der Reeper. Das ist die Macht. Imagine wie stark die Humanität wäre, wenn wir sie kontrollieren. Die Erde ist unter Siege, und du hast eine Scheme für die Reeper zu kontrollieren? Du hast immer sehr kurzartig gemacht. Hastig. Ihre Destruktion von der Kollektoren hat das gezeigt. Ich habe die Kollektoren, weil ich dich nicht mit der Informationen verstanden habe. Das ist nicht dein Kampf mehr, Shepard. Du kannst nicht die Reepern, selbst mit den Prophian-Daten. Du hast mich zurückgebracht, weil du wusste, was ich tun kann. Ich kann sie verraten. Ich kann sie verraten. Wunderschön. Die Wahrnehmungen sind nicht in deinem Wettbewerb. Vielmehr wichtig, ich will nicht die Reepern verraten. Wir können sie dominieren, nutzen ihre Kraft, um ihre sehr essentie, um die Menschheit zu dem Apex der Evolution. Mit diesen Daten, ich werde die Galaxie von diesen Maschinen einmal und für alle. Ihre Vision ist pathetisch limited. Du bist ein Werkzeug. Du bist ein Werkzeug, ein Agent mit ein einzigartes Ziel. Und insofern unsere Werte, du bist relativ gut. Aber wie die resten der Reepern in diesem Ort, dein Zeitpunkt ist vorbei. Enough, Todd. Wir sind... nicht mit meinen Planen, Schöpferd. Ich werde dich wieder warnen. Geh zu hell. Schöpferd. Was? Die Daten sind nicht hier. Es wird verraten. Was? Was ist hier? Herr Schöpferd. Schöpferd. Wie macht er das? Es ist ein Land. Someone ist aufgeladen. Die Daten sind. Hey! Okay, step away from the console. Now. She's got the data. She's faster than she looks. Stay close. We can't lose her. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? So. Der hat jetzt wieder Schilde. Muss ich jetzt über die ganze Station rennen oder was? Wahrscheinlich hat es, aber sie hat auch... I got this one! Hm. Normandie ist auf dem Weg. Sie werden hier bald. Wir brauchen die Daten. Oh, die lebt immer noch. Nein! Wir brauchen die Daten. Wir brauchen die Daten. Wir brauchen die Daten. Die Daten sind in Orbit. Wir brauchen die Daten. 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 Und wenn sie nicht? Geh alles, was es braucht, um sie auf den Bord zu bekommen. Ich werde bald in Kontakt kommen. Schau es aus. Kommandant. Edie ist aus der Cerberus-Machin. Wir haben die Details, um zu den Council, nachdem wir den Citadel erreichen. Und, Lieutenant Kommandant Williams? Was ist mit Chalkbos? Ich sollte zurück auf der Erde kämpfen, nicht zu spüren meine Zeit mit dem Thema. Wenn es funktioniert wird, wir brauchen dich. Commander? Ist es nicht wert, zumindest zu versuchen? Ich werde mich auf Ashley und Janes beobachten. Wir werden sicher, dass wir bereit sind, um unsere Begründungen zu den Council. Ich bin sicher, dass der Council die Begründung sehen wird, um Hilfe zu helfen. Es wird eine sehr kurze Zeit, wenn sie nicht. Ich bin sicher, dass wir im Sinne von der Begründung sehen. Wir haben auch keine Zeit, dass wir速 auf sich hinter der Gebündung haben. Wir wissen, dass es sich über die Wirkungen saubern. Wir wissen, dass die Begründung ist. Wir müssen gehen hier antes. Wir müssen gehen hier, wenn wir uns weiter. Wir müssen uns wiederholen, wenn uns noch einmal ein reinigen, Wir haben hier ein Puls. Geh sie weg. Wo sind sie her? Wo sind die Memorial? Best care in der Citadel. Wir gehen nicht mit? Wir müssen den Council sehen. Genau. Es sieht aus, dass sie kommen können, um dich zu sehen. Kommandar Shepard. Ich bin froh, dass du kommst. Kapitän Bailey. Gut zu sehen, dich wieder. Ja, du auch. Aber es ist Kommandar, jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt, halte mein Job ist mit politischem Blumen, und eskorten die Städteren. Keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung. Also, du bist hier, um uns zum Council zu bringen? Ich bin hier, um euch zu erzählen, dass der Künstler dich erwartet, aber sie beschäftigen sich mit ihren eigenen Problemen, mit der Krieg und alles. Sie entschuldigen für die Ingenstände und blablabla. Sie treffen uns hier, in Adina's office. Sie werden bald bereit sein. Okay. Du hast Zeit, um nach dem Medikamenten zu gehen, wenn du willst auf die Progresse. Danke, ich kann das machen. Du gehst weiter. Ich gehe nach Adina's office. Ich weiß nicht, Bailey ist so ein bisschen... Das ist nicht Gareth. Wäre irgendwie lustig. Ich kann nicht sagen, wann wir deployen oder wo oder warum. Aber du bist auf Normandie, richtig? Okay. Okay.